Ich spiele wieder als NaviCab. Warum starte ich eigentlich mit dem Startbildschirm heute? Das ist ja schrecklich. Allihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Minish Cap. Im letzten Teil haben wir hier die Flößchen bekommen, das war super. Und jetzt will ich die Flößchen auch ein bisschen benützieren. Und dazu fliege ich jetzt an ein paar Orte, wo ich mich erinnere, dass es was zu tun gibt. Beziehungsweise wo ich hoffe, dass es was zu tun gibt. Und das wäre einmal hier nach Tabanta. Geheime Welt von Tabanta. So, und dann... Oh, ich kann schwimmen. Ist das nicht großartig? Denn ich meine, hier wäre oben rechts irgendwo was gewesen. Da ist auch ein Minish-Loch. Oh ja, da ist ja viel los. Wow, Navi, gut, dass wir hier hingegangen sind. Wo kann ich denn hier zum Minish werden? Das wäre praktisch, wenn ich das hier irgendwo ganz in der Nähe könnte. Mach mich zu Minish. Ach, du interessierst mich doch gar nicht, du Flieger. Das hier sieht aus wie ein Weg, den ich nur als Minish nehmen kann. Okay. Aber muss ich irgendwie da unten hin? Dumm, 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 dumm. Äh, Pfeil und Bogen. Jawohl. Autsch, das hat weh. Du Arsch. Auf mir weh zu tun. Und stirb. Dankeschön. Ah, das mit dem Herz war aber noch ein netter Gefallen, den du mir da getan hast. Springen wir hier einfach mal runter. Äh, alle Schwertechniken habe ich noch nicht gelernt. Hier kann ich also nichts machen. Ah, okay, da muss ich rüber. Oh, 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 oh. Super, ich kann schwimmen, aber nicht durch den Fluss laufen. Das klingt super praktisch. So, fangen wir mal hier an. Boah. Da haut das Ding mir vor der Nase ab. Bodenlose Frechheit. Seid einfach bodenlos, sage ich euch. So, jetzt aber. Können wir hier rein. Da konnten wir nämlich vorher nicht rein. Und was haben wir hier? Na, ein Glücksfragment. Wow. Also die Zeiten, wo ich mich über die freue, sind so langsam vorbei. Ich könnte jetzt noch mal in meinen Inventar gucken, aber ich habe weit mehr als genug davon. Boah. Ich denke, du kannst schwimmen. Jetzt geh doch nicht in so einen popligen Sumpf unter. So. Konnte ich da schon immer rein? Nein, da konnte ich auch noch nicht immer rein. Ein Glücksfragment. Oh, wow. Ich bin ja so glücklich. Das Glück durchfährt alle meine Glieder. Es kommt schon immer wieder. Dum, 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 dum. Kann ich hier unten was machen? Nein. Gehen wir also hier lang weiter. Dum, 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 dum. Oh, ich mag die Musik. Dum, dum. Ich überlege gerade, ob sie mich an was erinnert, abgesehen von dem Dum, 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 dum Teil. Doch leider tut sie es nicht. Das ist ärgerlich. Und schade. Und da kann ich auch in das Minischloch hier reinschwimmen. Was es hier wohl geben wird. Okay, ganz links und die zweite von rechts sind richtig. Glücksfragmente. Ja genau, die brauche ich in Massen. Ich kann mir nichts wichtigeres als Glücksfragmente vorstellen. Oh, hauaha. Ähm. Puff. Töten euch Bomben? Sieht so aus, als wären Bomben eine gute Lösung. Stirb. So, und wie komme ich da jetzt rein? Wie hat der mir denn bitte schon Schaden gemacht? Ich werde einfach hier unten stehen und zuschlagen. Sie werden mich schon nicht erwischen. tot. Und tot. Ah, ein Headstyle gibt es hier. Irgendwie hatte ich ja mit sowas gerechnet. Jetzt lass dich. Ach, muss ich dich nach links... Warum muss ich den nach links verschieben? Ich wollte ihn nach rechts verschieben. Hat es jetzt gesagt, dass ich drei habe oder noch drei brauche? Ich glaube, es hat gesagt, dass ich drei habe. Insofern wunderbar. Ich glaube, ich schwimme hier gerade einfach noch mal eine Runde, um zu gucken, ob hier rechts noch irgendwas für ein Minish ist. Ach, da war ich doch schon. Dann habe ich alles, was ich hier als Minish machen kann. Hoffe ich. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar, wenn es auch wirklich alles war, was ich hier als Minish machen kann. Ich kann hier nochmal hochgehen, um zu gucken. Aber da kann ich vermutlich dann nicht hochkehren. Nein, kann ich nicht. Okay. Oh, ich will wieder groß werden. Kann das nicht ein bisschen schneller gehen hier? So, da sind wir auch gleich da. Wurde aber auch Zeit. Und da gehe ich wieder unter. So, gehen wir mal hier lang weiter. Da war ich schon und rechts will ich hin. Ähm. Hoffen wir mal, dass dieser Weg hier Sinn ergibt. Oh, hauaha, was ist das denn? Das ist ja eine Maulwurfshöhle. Da will ich hin. Ich will in die Maulwurfshöhle. Da, 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 da. Und da, 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 da. Ah, komm schon. ok hier ist eine truhe glücksfragment 50 mysteriöse mascheln sehr sehr nützlich dann kam ich da doch schon rein wo wollte ich denn jetzt sein wo ich vorher noch nicht rein konnte jetzt verwirre ich mich hier selber ist hier ganz rechts noch mal was ich glaube ich werde es jetzt herausfinden da ist noch mal was ein furchtbares schieberätsel ach komm schon ist doch ein witz probieren wir es mal weiter schieben wir mal den und den und jetzt den das ist nummer 11 wir haben eine reihe voll super jetzt will ich gerade eine abkürzung nehmen ich bleibe zwar hier in der gegend will aber nicht den ganzen weg zum fuß gehen ja ja zu diesem wind mal ist ok war hier unten noch ein geheimer weg nein hier wollte ich doch hin und nochmal nachgucken wo hier nochmal ein geheimnis sein könnte ach komm schon stirb einfach ok jetzt hör auf mich zu trollen und stirb dankeschön so ach ja das herz geht mir relativ am boppes vorbei ne ich meine ich habe ja mehr als genug herzen inzwischen so und wo war jetzt der goldene oktorok ach die trollstatue ist wieder da natürlich ist die wieder da die anderen drei sind alle schön weg aber die hier ist wieder da und da sind wir wieder ah da ist auch der oktorok nimm das und das dass die viecher hier auch immer so viel einsteigen können so zack 200 robine sind das glaube ich gehe ich hier nochmal grad hoch obwohl ich glaube dass hier jetzt nichts mehr ist nö hier ist jetzt erstmal nichts mehr dann rufe ich mal den vogel und gucke mich auf der karte um ob er mich an irgendwas erinnert beziehungsweise die umgebungen schwimmen schwimmen wir doch hier mal durchs wasser irgendwo hier war doch irgendein Mist für den ich durchs wasser schwimmen musste und welcher dieser bäume hier ist neu der hier offensichtlich nicht auch und hier muss ich minnisch sein ok aber durch dieses krass hier komme ich dann gar nicht Wo muss ich denn minnish werden, bzw. wo kann ich denn minnish werden? Ah, ich seh's. Na dann, kümmern wir uns doch darum, minnish zu werden. Da, 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 da. Tee, ich hab den Sound vorm Spiel gemacht. Oh, der will Frank Menteverein. Ja, klar. Hier hast du ein rotes... Waldminnish. Dabei sind wir gar nicht mehr im Wald. Au, das geht zur Hexe. Was die wohl jetzt sagt? Mein hausgemachtes rotes Elixier ist gleich fertig. Und dieser Duft macht mich immer rei. So, aber ich bezweifle, dass das alles war, was ich jetzt machen kann. Dumm, dadadididum, dadadadidum, 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 dadadadadum, dadadadadum. Hier komm ich aber als minnish nicht weiter. Ah, da ist das minnish Loch, nach dem ich suche. Oh, ein Herzteil. Dudududududu. Ah, wie viel Herzteil einfach so nebenher sammle. Wunderbar. dum dum da 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 d Aha So, kann ich hier unten drin jetzt irgendwas Neues machen? Wow, in der Fehlenquelle kann ich bestimmt viel machen. Dann gucke ich halt einfach mal hier, ob ich da in dem Loch was machen kann, was ich... Wow! Dann will ich jetzt zu Longlong Farmen. Da gibt es nämlich auch noch was, das weiß ich gerade. Beziehungsweise gibt es da zwei Sachen. Welches ist denn hier am nächsten? Ich glaube, damit komme ich recht schnell hin. Ich hoffe es einfach mal. Ja, du bist Tingles Bruder, mit dir habe ich schon gesprochen. Longlong Farmen, genau da wollte ich doch hin. Und ein magischer Baum. Wie wunderbar. Und ein Minischwegelein. Als hätte ich es mir gedacht. Oh wow, ein rotes Glücksfuckman. Ich hoffe, das war nicht alles, was ich hier finde. Ach komm, lass mich in Ruhe. Hehehe, ein Herzteil. Habe ich in jedem Teil einfach mal einen Herzcontainer gesammelt bisher. Och. Was bist denn du für einer? Ich will dich töten. Na komm schon wieder raus. Ich will dich töten. Töten. Da kommt er raus. Und gibt er mir was Tolles? Nein. Er gibt mir nichts Tolles. Dann werde ich jetzt mal wieder groß. Und geh mal hier rein. Ach das ist ja süß. Als würde ich das nicht gelöst kriegen. Aber ich habe es schon mal gelöst. Hm. Aber hier ist ein neuer Bruder von Tingle. Er heißt Jingle. Ach ich vereinige mit Jingle-Wingle-Wingle. Ich habe so eine Vorahnung, welche Bäume die nächsten beiden Brüder aufmachen. So eine ganz grobe. So eine ganz 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 grobe. Ähm. Das war alles. Obwohl, ne das war noch nicht alles. Was mir hier zu der Gegend einfiel. Bei weitem war das nicht alles. Aber ich muss einen anderen Weg nehmen. Woher fällt mir ein Herzteil nach dem anderen ein, das ich noch machen kann. Das wird ja hier eine richtige Herzteil-Schlacht. Ähm. Ich will hier lang hoch. Da da dumm da dumm da dumm. Willkommen am Seeler-Wasserfall. Wo ich jetzt rum schwimmen kann. Und das sollte mich allen Ernstes überraschen. Zu vorhersehbar. Zu vorhersehbar. Zu vorhersehbar. Zu vorhersehbar. Zu vorhersehbar. Warte mal hier. Zwei Schatztruhen, wie es ausschaut. Ganz viel Kohle. Und noch mehr Kohle. Und das war es auch schon. Da habe ich mir mehr erhofft. 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 Da. Das sah so aus für mich, ne? Da muss ich da über einen anderen Weg hin. Ähm. Hier irgendwo muss ein Verwandlungsbaum sein. Dann machen wir das gerade auch kurz. Dann machen wir das gerade auch kurz. Oh, hi! Er will Fragmente vereinen. Klar. Aber klar doch. Hier hast du eins. Ist wieder so ein Waldmännisch, ne? Jep. Und was lässt du erscheinen? Ach, dann war ich doch gerade eben erst. Ist jetzt ein schlechter Witz. Auf die Truhe scheiß ich vorerst. Das sehe ich gar nicht ein. Aber vielen Dank trotzdem.